Ja dann, hier. Herzlich Willkommen zu Leiterkönig. Oh, das ist Vulkan. Komm, geh weg. Na los, komm. Nein. Ich bin der neue Leiterkönig. Ey, renn doch nicht weg, ich nehm grad auf. Aha. Komm rüber, komm. Ich bin der neue Leiterkönig. Ich will in die Lava. Da ist ein Geheimgang. Ist da echt ein Geheimgang? Nein, da ist kein Geheimgang. Na los, komm da her. Geh über unten in die Lava, da ist ein Geheimgang. Das ist richtig geil. Ey, ich wollte grad Leiterkönig sein. Nein, 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 du gehst jetzt nicht dahin. Ich will in der neue Leiterkönig. Du, du. Du kleiner Penner, du. Also. Ey, ich kann dich gar nicht hauen. Ich weiß. Schnapp, schnapp, schnapp. Ich will auf. Tim. Alter, Tim, geh raus. Los, geh weg. Push. Also, wir spielen hier grad, äh, Leiterkönig auf Sitoxin. Das ist einfach so ein, hier so ein kleiner Platz direkt am Spawn. Nein. Ah, jetzt hier kommen noch welche dazu. Und es macht ziemlich Spaß. Total dämlich, aber ja. Ein dämliches Spiel ist immer noch ein gutes Spiel. Jetzt geh weg. Nein, nein, warte. Bleib unten. Ey, jetzt. Wer ist eigentlich jetzt Leiterkönig? Ich, ne? Hm, nicht mehr. Alter. Ist das geil. Geh weg. Weiche Dämon. Der eine schlägt uns nur runter. Das ist unfair. Nein, du bist Leiterkönig. Kann ich nicht dulden. Ja. Mario Party? Äh, wie macht, akzeptiert man eine Freundschaftsanfrage? Mit, äh, ich schätze mal Friend Accept. Und dein Name oder so. Ja, ich würde sagen, würde ich mal sagen. Also, ich bin Leiterkönig und das war's auch schon für diese kleine Folge. Wir sehen uns dann demnächst bald wieder. Ciao.